Guten Morgen, ich wünsche dir in der Sehnen-Dach. Ich finde die Bibelverschrift von dem Hebräer Kind verstreuend, finde ich. Wenn du dir vorstuhlst, die Hübschen zu betragen und dort ohne zu zweifeln, willst du, der das Versprechen gegeben hat, als trühe. Wofür werden im Leben für trühe wird Menschen? Zum Beispiel, wir wanken den Doktor und sagen, das wird weidern. Oder das wird daum schmecken. Und sie sind reich. Sie geben uns Milzen und das schmeckt nicht schön. Sie sprechen uns und das wird wei. Oder zum Beispiel, wir sind wo hochbogen. Und du einst für eine seichte Wort ans Kretschen. Zum Beispiel kleine Tinger, die glauben einem. Und die schmieden sich drauf und vertrien einem dort einer der Wort Kretschen. Nur ist meine Frau dann, woran wird wie Gott nicht vertrien. Heute ist der, der uns gemerkt hat. Heute ist der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit gewahrt ist. Heute ist der, der den lebenden Odem in der Menschheit auf Neue bloßt. Heute ist der lebende Fuder, der wirklich du es für seine Tinger. Heute ist der, der sie sehen, für die und für mich um Trittsleut stolzen, dort die nur in meiner Sinne betrugt wird. Heute ist der, der sie sehen, von dort abweichen bleibt. Und dort die Sinnenschuld ganz betrugt worden können. Heute ist der, der sie hält in der Gäste in unserer Land wohnen. Und wir würden niemals nicht alle Dinge verstohlen, die im Leben passieren würden. Eins der Dinge, die dann unser Leben sehr schwer anwohlen würden. Aber, lass mir die Denken halten. Dort du hast ein Ding, wo wir uns zählen und falsch holen. Du hast eine Städte, wo wir keine nur raun. Du hast eine Städte, wo wir keine vertrien. Und dort hast die Glauben an Jesus Christus. Weil wir den falsch holen und dann würden unsere Wahl passieren, das. Nach Gott, die Wiedersehen, ein entscheidender auch hier.